Heute überreiche ich den Ramsey zwei lustige Aufkleberchen und was gesticktes fürs Jäckchen. Ich glaube, das hat er sich verdient. Na, wie geht's dir? Alles klar, Digga. Guck mal hier. Was sagt man? Alles klar. Hallo. War das gut? War aber gut, ja. Ja, heute mal der kleine Soundcheck von meinem Bekan Evo ZY1 Spezial. Ja, was soll ich sagen, also der Klang ist recht moderat. Ist jetzt nicht so laut, oder? Das merkt aber der Erwinian! Ja. Nö, also... Ja. Wir werden jetzt hier mal eben auf und ab fahren und dann ist das gut. Gut, reicht! Komm! Nein, fahr noch ein Stück! Nein, komm wieder zurück! Gut, 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 Digga! Alter! Ist das krank? Ist das krank? Ja, doch. Ich glaube, das kann man so machen. Nö, Mann? Ja! Wo sind deine Vollradbremse? Gut. Und los! Zeit! Na, weiter! Hach so! Du da, kein TÜV kommt vorn! Ich verstehe! Da hört man jeden Zylinderhub, Digga! Das ist so angenehm warm an der Hände! Also... Aaaaaaah! Mhm! Nö, 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 Nö! Ah, der Savura! Ah, der Savura! Was ist das? Du bist so ein kranker Scheiß, Alter! Geistesgestört! Völlig geisteskrank! Willst du noch irgendjemanden grüßen? Natürlich!